Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Ortlofs Wort zum Monat. Ja, es ist Dezember, wir sind mitten in der Adventszeit und ich selber habe dennoch noch ein wenig zu tun. 2. Dezember, ganz wichtiges Datum, da ist der Tag der Modelleisenbahn. In diesem Jahr geht es ein bisschen weniger laut zu, wir haben kaum Ausstellungen, aber jeder für sich kann ja mit der Bahn in irgendeiner Weise spielen, sie fahren lassen und auf jeden Fall sich daran freuen. Dann arbeite ich noch an einem Artikel für Ihre, unsere Wohlfühlzeitschrift Eisenbahnromantik. Die kommt Ende des Jahres noch heraus und eine Moderation muss ich auch noch machen für den Clubfilm des Jahres 2020, der erscheint Ende Februar. Sie sehen, ich habe noch eine ganze Menge zu tun und ich wünsche Ihnen jetzt von Herzen besinnliche Adventstage, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr. Das war es von dieser Stelle aus, machen Sie es gut, bis denn und Tschüss!